ich habe zwar noch ein paar andere sachen in arbeit hier aber den schiebe ich jetzt trotzdem noch ein aludo wie die heute heißen hat eine neue version von korrel drauf vorgestellt das wäre dann die variante 24 punkt 2 also das september update und da gibt es eigentlich eine neuerung die kann man jetzt nicht verheimlichen da kann man hier für lange bank schieben mein name ist martin geertz ich bin mit der werbetechnik perdu und zwar folgende situation wir haben eine ansicht gemacht von fläche wo irgendwo ein schild angebracht werden soll oder eine werbung aufgestellt werden soll wie auch immer und haben dann an dem foto immer so markante punkte wo man masse abtragen kann wie hier dieses 18 1 plakat so dieses plakat hat wenn man mal googelt eine höhe von 2 52 in der plakatfläche und in der theorie ist ja nur so dass ich dieses bild einfach größer skalier bis in der plakatwand der punkt erreicht ist wo dieses diese fläche 2 meter 52 hoch ist wurde aber bei normaler vorgehensweise immer so aussehen dass man sich irgendwo eine referenz sucht an dem was kalieren kann ich habe das früher immer so gemacht dass ich die seitenhöhe auf das entsprechende maß gebracht habe dann kann ich hier hilfslinien anlegen und jetzt sehe ich ja hier den bereich wo diese höhe anliegen soll so dass natürlich dann darauf hinaus dass man hier immer da man hier immer so lange skaliert bis man da möglichst nah dran kommt ist also ja so eine geschichte die auch mit sicherheit fehler behaftet ist die alternative wäre dass ich mir das alles ausrechne indem ich hier maße abnehmen und über verhältnismäßigkeit ausrechne wie groß muss denn jetzt das gesamtmaß sein damit diese fläche hier drin die entsprechende größe erhält so davon sind wir aber jetzt weg denn korrel hat sich erbarmt und hat in dem andock fenster ändern wo man normalerweise neigung drehen skalieren und so was ändern kann ein bereich eingefügt der heißt einen teil skalieren so dieses obere bereich war das was wir immer schon hatten jetzt haben wir die möglichkeit zu sagen ich möchte nur einen teil davon in der skalierung berücksichtigen so jetzt mache ich hier folgendes ich trage jeder maß ein habe ich hier schon gemacht diese 2520 mm habe das teil was ich skalieren möchte selektiert sage dann nur zuweisen und jetzt kommt ihr so ein fähnchen dran wo eigentlich erklärt wird was zu tun ist nämlich wir ziehen jetzt unser maß in die fläche rein die ich gerne auf das spätere maß skaliert haben möchte fangen wir einfach oben an steuerungstaste dann ist genau senkrecht kommen wir unten an und schwupp macht ihr mir das bild jetzt im gesamten so groß dass die stelle die vorher selektiert habe dieses spätere maß enthält so das ist jetzt die eine möglichkeit jetzt habe ich noch die möglichkeit wir machen jetzt hier mal wieder diese 2520 mm so das wäre jetzt mein mein plakat werde ich in 1 zu 1 gestaltet habe ich mache jetzt hier mal das maß wieder weg so ein bisschen näher rangehen an die ganze geschichte so und jetzt habe ich die einmal die möglichkeit die wir gerade gemacht haben einfach nur mehrere die zahl anzugeben ich kann aber auch noch was anderes machen und zwar ziehe ich mir die zahl aus meinem fertig gestalteten teil dieses diese plakatfläche die sind 1 zu 1 fertig ich gehe hier rechts neben der zahl auf das maß symbol wenn das selektiert ist gehe ich über die snap funktion an die oberkante noch mal so heute den feststeuerungstaste gedrückt halten bis der unten ein snappt und dann kann man hier sehen dann überträgt der datt maß auch sage dann aber selektiere dann die fläche die oder diese objekte bilder was auch immer die ich verändern möchte sagt mir dazu weisen füge mein maß hier wieder ein und dann ändert der dat eben auf die entsprechende größe wie man sieht passt ast rein dahin also das ist eine gerade jetzt in der werbetechnik ist hat eine funktion die mit sicherheit oft genutzt wird weil ich glaube die problematik haben wir alle so was man dann dazu noch wissen muss korrel nutzt dafür die maßeinheit die hier oben voreingestellt ist das heißt diese ganze geschichte gilt auch für pixel ich bin also so in der lage auch grafiken die ich anderweitig benutze für social media oder was auch immer die ich in verschiedenen größen brauche auf die art und weise skalieren zu können und vor allen dingen auf den ausschnitt skalieren zu können und ich kann hier unten auch entsprechende kopien anlegen und dann direkt eine vervielfältigung zu erzeugen also alles in allem ein tool wo ich sage was die arbeit in zukunft wirklich beschleunigen sagt so was haben wir noch wenn noch ein export format bild format wird png ersetzen könnte nämlich das google web picture format was ähnliche möglichkeiten hat wie wir das vom png kennen das ist nur bei gleicher qualität weniger datenlastig als png transparenz und so weiter gibt es da genauso der reihe ich ganz einfach unter datei exportieren bekommen dann nachdem den namen eingegeben habe die möglichkeit entsprechende einstellungen vorzunehmen wie zum beispiel transparenz ermöglichen oder eben unterdrücken wie ich davon vom png auch kennen kann die komprimierung noch festlegen ob ich verlustreihe oder verlustfrei komprimieren möchte die qualität kann ich entsprechend angeben und ich kann die größer entsprechend anpassen so wie man hat im grunde genommen von den bildformaten auch kennt und habe hier die möglichkeit dann entsprechend modernes format auszugeben so das war die eine geschichte und jetzt kommt die neuerung in den andock fenstern da hat sich was bei den bei dem export modul getan das habe ich ja schon immer angeprangert das export modul vom ich zitiere mal vektor grafikprogramm nummer eins auf der welt alles konnte nur eben keine vektor formate die problematik problematik hat sich jetzt erledigt und zwar habe ich jetzt die möglichkeit neben den üblichen bildformaten wo dann auch dieses web picture format von google drin ist auch entsprechend grafikformate zu nutzen die heutzutage üblich ist und für uns als maschinenausgeber ganz wichtig dxf illustrator und svg format pdf ist möglich unter typische autocad format ich denke mal da der ein oder andere jetzt wahrscheinlich mit arbeiten kann ohne irgendwo nachteil zu haben bisher war das ja immer so dass diese ganze exportierei über dieses über dieses andock fenster doch aufwendiger war als den ganzen weg zu fuß zu gehen auch immer ein hinderungsgrund gewesen ist über den docker zu gehen ist die tatsache dass diese namen die hier angegeben werden automatisch die waren die in der objekt vorgabe drin stehen jetzt habe ich die möglichkeit in dem exportieren teil exportieren docker die namen zu ändern dann ist das hinterher tatsächlich auch der dateiname also ich hätte so die möglichkeit hier entsprechend schon mal vor zu sortieren anhand der namen und kann hinterher die daten auf den an dem speicher auch besser wiederfinden denn eins hat sich leider nicht geändert das ist die tatsache dass ich hier unten fertigen speicherort angebe der aber für alle dateien dann gleich ist also da wäre wünschenswert da man in zukunft jedem dateityp zumindest auch noch einen eigenen speicher auch in der voreinstellung zuweisen kann so was mir jetzt aufgefallen ist ist bei dem format das kann ich hier entsprechend einstellen dass die vorauswahl die ich jetzt hier treffe ich möchte jetzt hier die die auswahl exportieren und alles in kurven konvertieren sagt dann okay die scheint er nicht zu behalten weil wenn ich jetzt noch mal reingehe ist die ganze geschichte wieder zurückgestellt was daraus wird das wird man dann sehen ich denke mal das hat irgendwo ein bug ist so das ist für mich in der werbetechnik somit hat wichtigste erneuerungen was die software moment bietet man darf gespannt sein